Als Geschäftsführer der Stiftung für Bären, zu der zwei Tierschutzprojekte in Worbes und in Schwarzwald gehören, möchten wir uns im Namen aller Tiere recht herzlich bei Ihnen bedanken. Mit Ihrer Unterstützung ist es möglich gewesen, viele Aktionen erfolgreich zu starten. Das Wolfsrückzugsgebiet in Worbes, also auch die Sommerresidenz für die Bärin Conny, konnten gebaut werden. Die umfangreichen Baumaßnahmen für Luchse und die Unterbringung der kleinen albanischen Bären waren da ein großer Erfolg. Es stehen immer weiter neue Herausforderungen an, bei denen wir auch auf Ihre Hilfe angewiesen sind. Deshalb würden wir uns freuen, wenn Sie unsere Tierschutzarbeit weiterhin mit Patenschaften und Spenden unterstützen.